Mami, was ist mit dir passiert? Meine Damen und Herren, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Unbound. Wir haben unser ganzes Team mehr oder weniger auf der Strecke gelassen in den letzten paar Folgen und uns versucht, ein weiteres Team aus unserer Box zu zaubern. Wenigstens haben wir noch einige Pokémon, aus denen wir etwas Gutes haben machen können. Aber es hat auch was Positives, dass wir so weit gekommen sind im Spiel, und zwar, dass wir endlich die VM-Kraxler haben. Damit fehlt uns nur noch eine, und zwar die Kaskade, die uns wahrscheinlich auch noch ein bisschen Ärger bereiten wird. Aber ich bin jetzt in der Eishöhle, wo wir ganz, ganz, ganz am Anfang des Spieles waren und noch ein Eisrätsel nicht lösen konnten. Und dieses Eisrätsel können wir wahrscheinlich lösen, indem wir jetzt hier weitergehen. Und das wollte ich kurz mit euch teilen, weil es halt doch noch ein Höhlenabteil ist, was wir bisher noch nicht gesehen haben. Oh Gott. Floor 1. Aha. Indigo-Stück. Okay. Das ist was hier? Okay, ich nehme an, ich brauche diesen... Ah, ja, das ist genau das, was ich mir dachte. Hier kommen wir nämlich... ...dann wahrscheinlich zu dieser TM hin, right? Die uns noch verborgen blieb. Aber es gibt hier noch mehr. Es gibt hier nicht nur das. Okay. Was war hier noch? Was ist hier unten? Ein Ausgang. Rosenrauch, okay. Ja, gut. Ja, das wird wahrscheinlich eher dafür sein, um das Rätsel hier zu resetten, weil der Rosenrauch an sich... Ja, ja. An der Rosenrauch an sich ist nicht wirklich nützlich. An der Stelle des Spiels. Oh. Alter, hier gibt es aber noch ein paar Items, ne? Denn, äh, wir sind vor den letzten zwei Arena-Leiter-Orden und, joa, Rosenrauch ist gut gemeint, aber... Aber jetzt auch nicht so, so, so gut, ne? Na gut. Ähm. Ich finde noch ein paar Items, aber es gibt hier noch was. Es geht hier noch... ...noch, äh, nach links. Komme ich denn da hin? Äh, wait. Hä, wie komme ich da? Bin ich, bin ich gerade? Oh. Oh, so, okay. Oh, 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 oh. Was ist das denn? Okay. Ah, übrigens. Ich habe noch außerdem, äh, in dieser Höhle dieses... ...de Glühfrätsel gelöst, ne? Also diese Steinplatte. Das sieht mir wieder nach so einem richtig hässlichen Bosskampf aus, Digga. Ich bin ehrlich mit euch. Ich will da heute nicht hin. A, weil ich keinen Bock habe, wieder mein ganzes Team zu verlieren. Und B, weil ich einen Tauburger dabei habe. Weil ich Gänger ablegen musste. Weil ich kein Fliegen hatte. Für das Backtracking. Äh, ich glaube, diesen Bosskampf hier skippe ich einfach. Der wird safe wieder irgendeinen Megastein geben oder irgendwas. Aber, ey, Leute, ich... Ganz ehrlich. Ich behalte lieber ein gesundes Team. Als, äh, irgendeinen... Irgendeinen Megastein wieder. Wait. Ach so, hier ist ein Schneeball. Äh, wie gesagt. Insbesondere, weil ich nicht mal ein volles Team da habe. Und ich würde mir so böse in den Arsch beißen, wenn ich jetzt hier sterbe. Weil ich irgendwie einen Tauburger auf Level 38 dabei habe, ne? Das ist übrigens das Tauburger, was wir, äh, bekommen haben aus dem Raid. Und, äh, mir ist aufgefallen, dass das Ding Orkanschwingen hat. Was krass ist. Außerdem hat es wirklich die Windhose gehabt. Daher auch der Drachenmove. Apropos Raid. Äh, das Ponte Glyv-Rätsel, was ich nicht in dieses Video hier mit reingenommen habe. Weil ich, ne? Das ist einfach nicht relevant. Ähm, äh, hat einen Raid freigeschaltet. Also da, wo das Ponte Glyv war. Quasi diese, diese, diese Steinplatte. Da war lediglich, äh, ein, ein Raid. Mit einem Flunkkiefer und einem Flunkkiefer-Need. Was richtig cool ist. Ähm, dementsprechend freue ich mich da drüber. So, der wird Safe-Eis-Pokémon haben, oder? Dementsprechend haben wir ein neues Mega-Pokémon. Äh, ein potenzielles zumindest. Ein Stahl-Pokémon. Und ein Feen-Pokémon, by the way, auch. Also eine sehr gute Typen-Kombi. Äh, die echt gut... Oh, Botogel. Er, er hat gesagt, er war mal ein Bird-Keeper. Aber jetzt ist er ein, ein Skifahrer. Und Botogel passt da sehr, sehr gut dazu. Botogel hat der, die Typen-Kombinationen von Arctos, aber... Arctos ist eins der absolut schwächsten legendären Pokémon, wenn es um den defensiven Typen geht. Der, er hat eine Vierfach-Schwäche gegen Stein. Eine Schwäche gegen Elektro, eine Schwäche gegen Feuer, eine Schwäche gegen... Alles Mögliche. Keine Resistenz gegen Kampf und so weiter. Also Flug-Eis ist wahrscheinlich die schlechteste defensive Typen-Kombi, die du überhaupt haben kannst. Äh, okay, Panzerschrank. Macht Aerodactyl weg. Außer er hat Erdbeben, dann habe ich ein ganz, ganz, ganz dickes Problem, Digga. So, die Robustheit ist weg. Ich gehe für den Steinschädel. So, mit der Mega verlieren wir die Vierfach-Schwäche gegen Erdbeben. Wir kriegen Filter dazu, die Robustheit ist eh weg. Wir verlieren die, äh, Stahl-Schwäche. Yeah, Digga, du kannst gar nichts gegen Panzerschrank. Äh, ja, wie gesagt, da war einfach nur, ne? Das habe ich nicht ins Video gepackt, weil ich hier einfach ein bisschen Progress zeigen will und wirklich nur die, die interessanten Rätsel. Es war aber ein sehr, sehr cooler Raid mit einem Flunkiefer. Ähm, was ein Mega sein kann, ne? Du hast auch Flamethrower und so, Lachs, ne? Okay, Peep-Lord. Ähm, ja, den Mega-Stein für Tauboss oder Tauboga habe ich noch nicht bekommen, leider. Uh, Kreideschrei. Aber, wait. Sancti-Death. Okay, ja, easy. Free Mond-Gewalt. Ähm. Dementsprechend haben wir noch ein paar echt coole Pokémon. Vor allem, wenn Tauboss die Orkan-Schwingen behält, dann ist es eigentlich ein cooles Ding, ne? Doppelflügel. Okay. Ich weiß gar nicht. Dem seine... Ich muss mir mal dem seine Stats... Ah, komm, Windrose bringt wirklich nichts. Windrose ist trash. Ich muss mir dem seine Stats mal genauer anschauen. Weil Luftschnitt ist super. Gerade in Kombination mit Orkan-Schwingen. Du bist immer schneller. Oh, wir kriegen eine Entwicklung. Und Folge. Let's go. Wupp, wupp, wupp. Ähm, Orkan-Schwingen ist natürlich super geil mit Luftschnitt, weil dann bist du immer schneller und kannst immer flinchen. Aber wenn wir physisch stärker sind, dann gehen wir eher so auf die Orkan-Schwingen. Tauboss hat halt leider einfach nicht die besten Werte, ne? Das ist halt so ein bisschen das Problem. Aber vielleicht macht Mega-Tauboss da ein bisschen was. So. Gucken wir mal rein. Also, er hat immer noch Orkan-Schwingen. Und sein Angriff und sein Spezialangriff sind beide unglaublich schlecht. Oh mein Gott. Die sind so niedrig wie die Defensivwerte. Und die sind schon wack. Der einzige Wert, der ganz gut ist, ist der Init-Wert. Aber der wird eh von Orkan-Schwingen. Oh Mann, ey. Die Schlau-Brille. Okay, das ist okay. Das ist ein gutes Item. Das kann man machen. Na gut. Ja, Leute, seid mir nicht böse. Aber, wie gesagt, das ist jetzt irgendwie so ein Boss-Kampf wieder. So ein Triple-Kack-Kampf. Der wieder irgendwie auf Level 100 ist. Mit irgendwelchen Megas und so. Seid mir nicht böse. Aber für einen Mega-Rex-Blisanit oder was auch immer wir da kriegen können, setze ich nicht mein Team aufs Spiel. Nicht jetzt. Das können wir uns einfach nicht leisten. Was wir uns aber leisten können, ist nochmal die Höhle hier unten zu besuchen. Denn ich glaube, da war diese TM, die wir nicht kriegen konnten, oder? Yes. Okay, warte mal. Perfekt. Genau das dachte ich mir. Weil da kann man nicht hin, ne? Jawohl. Jawohl. Und es ist? Blizzard. Ja, mein Wulnona ist halt nicht mehr da, ne? Na gut. Na gut. Äh, Freunde. Das war's für die Eishöhle. Mal sehen, ob ich noch was Spannendes finde. Wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder. Okay, Leute. Also, es gibt so viel zu backtracken. Ähm, es ist wirklich... Oh mein Gott, wir finden sogar noch Überreste. Ja, in der Stadt, wo wir gerade waren, ne? In Blizzard, da, wo wir in der Eishöhle waren, habe ich noch Eisodem gefunden. Die Eisattacke, die glaube ich immer krittet. Hier haben wir gerade noch eine Überreste gefunden. Und es ist noch ein Raid. Also, Leute, äh, wenn ihr Kraxler habt, in diesem Spiel... Oh mein Gott, Pelipper. Wenn der Ehrenbruder... Wenn der Ehrenbruder... Ähm, hier Dingens hat. Niesel. Können wir, können wir Regenteams bauen. Ja. Was ich sagen wollte ist, es gibt so viele kleine, irgendwelche Kraxlerwege, in Städten, in irgendwo. Hat der Niesel? Alter, zeig mir jetzt, ob er Niesel hat. Oh mein Gott, der hat Niesel. Poggers. Ähm, ja. That's pretty much it, ne? Also, ich werde jetzt das nicht in die Folgen reinnehmen, weil ich weiß, euch juckt es nicht. Ihr wollt Progress sehen in der Story und so. Und ich kann euch verstehen. Ich will auch endlich weiterkommen in der Geschichte. Aber, äh, ja. Ihr habt gesehen. Es geht so schnell in dieser Lok. Und wir sind alle kaputt. Deswegen versuche ich wirklich, noch alles zu backtracken, was möglich ist. Ähm, um dann, äh, das krasseste Team, die besten Pokémon, die besten Items vor allem zu haben. Damit wir, äh, uns dann keine Vorwürfe machen müssen, wenn ich irgendwo dumm sterbe. Nicht wahr? So. Auf jeden Fall werde ich jetzt dieses Pelipper fangen und noch ein bisschen backtracken. Vielleicht zeige ich euch das ein oder andere wieder wie hier. Was, äh, der Rede wert ist, weil das halt echt teilweise gute Items oder was auch immer sind. Ähm. Aber, äh, wir sehen uns gleich. Schnibidi, schnabidi, buh! Okay. Ich, äh, bin hier gerade unterwegs in diesem regnerischen Dingens. Ne, ich bin ja gerade alles am backtracken. So jedes, jedes Gebiet nochmal pretty much. Oh. Das ist die Musik von Selfie, Mersprit und, und, äh, Uxie oder, oder wie die, ne? Warte mal. Äh, und Tobutz, meine ich. Äh, und Tobutz, meine ich. Na gut, das war dann wohl nix. Ja, wollte ich euch einfach nur kurz zeigen. Äh, ich habe übrigens hier auch noch einen komischen Trainer gefunden, der mein Machoband für Ewigsteine irgendwie, also er hat mir ein Machoband geschenkt. Und je mehr Ewigsteine ich ihm gebe, desto mehr höher gelevelt ist das dann. Ich weiß nicht, ob das dann mehr EVs verteilt oder was auch immer. Im Übrigen habe ich auch noch irgendwie ein paar Proteine bekommen. Und zwar 60, dafür, dass wir die Quest gemacht haben, wo wir runterhüpfen immer. Ne, und ich habe die weiße und die schwarze Flöte gefunden. So, ein Item des Pokémons im Tragen gegeben werden, es fördert Wachstum, aber senkt Innit. Okay, Level 6 Machoband, das ist, das ist legit einfach nur ein EV-Trainer-Ding, oder? Ja, wollte ich euch nur zeigen? Äh, ich mache jetzt weiter. Irgendwie finde ich dieses Mädchen hier ständig, die irgendwie immer verschwindet. Ich glaube, das ist das Mädel, was einfach weggeweht wird, ne? Äh, na gut, ich meine, ich habe sie jetzt schon zum dritten Mal gefunden, I guess. Ich hoffe, dass die jetzt nicht irgendwo in einem Baum hängen. Wait, die ist, die ist wieder da hinten? Aber da habe ich sie beim ersten Mal gefunden. Ich hasse den Wind. Ich werde nicht wieder weggeweht. Juppie, es ist vorbei. Deine Mädchen scheinen weggeblasen zu sein. Okay. Äh, wie lösen wir das Problem? Würde ich jetzt einfach immer hin und her geweht? Äh, warte mal, lass mich mal kurz auf mein Fahrrad schwingen. Wo, wo ist denn die? Warte mal, wo habe ich denn die jetzt? Wo habe ich die jetzt gefunden, Digga? Ja, die war irgendwo am Stra... Okay, Leute, ich muss die nochmal suchen. Oh mein Gott, die war einfach auf der ganz anderen Seite. Mir ist so schwindlig. Mami, du hast mich gefunden. Ich habe dich so vermisst. Ich hatte solche Angst. Dieser große, böse Wind hat mich immer wieder weggeweht. Ich will jetzt halten, Mami. Mir ist wirklich schwindelig. Mami, warte. Vergessen dem Retter was zu geben. Wow. Okay, ich kriege hier einfach irgendwelche Machtgürtel. Und die hat nicht mal mit mir geredet, Alter. Oh. Mami, was ist mit dir passiert? Oh mein Gott, ich habe das Mädel umgebracht. Ich dachte, ich hätte es gerettet, aber ich habe das kleine Mädchen umgebracht. Ich meine, genau genommen habe ich sie nicht umgebracht. Sie lebt ja noch, aber sie ist jetzt ein Ditto. What the... Okay. Ach, Digga. Holy smokes. Leute, es hat sich definitiv gelohnt, hier nochmal herzukommen. Und an einem anderen Zeitpunkt des Tages zu kommen. Denn diese Dinger verschieben sich ja immer. Je nach Zeit. Und wir haben gerade eins der besten Items ever gefunden. Und zwar nicht nur die Schlaubrille, nicht nur die Überreste, sondern auch die Offensivweste. Meine Güte. Das ist ein richtig, richtig gutes Item. Gerade für solche Pokémon wie Stormline. Stormline, der eigentlich nur angreifen will und sich hochboosten will und dazu noch einen verdammt schlechten Spätz-Dev-Wert hat. Das ist großartig. Das ist großartig. Dürfte ich die noch nicht gehabt haben. Habe alle Pokémon gefangen, die ich euch gleich zeigen werde. Und habe aus Versehen am Pier den Typen angesprochen, den ich scheinbar von der Story hätte ansprechen sollen. Jetzt sind wir auf jeden Fall übers Meer gefahren. Und Jax und der Professor sind auch schon hier. Wobei, das ist gar nicht der Professor, ne? Das ist der andere Dude. Huch, da oben über den Gipfel. Oh, warte mal. Das ist doch der Opa. Wait, hat der ja so einen krassen Umhang? Oder verwechsel ich den gerade? Der Opa war doch der Professor, oder nicht? Oder wie, oder was? Achto, wir müssen in die Richtung. Das ist kein normaler Sturm dort über den Berg. Sie bereiten sich auf die ultimative Waffe vor, um Borius zu zerstören. Da stimme ich dir zu, Jax. Digga, das sieht von hinten aus wie dieser eine, den wir letztes Mal, das erste Mal getroffen haben, ne? Ne, das ist tatsächlich auch dieser Arthur. Hey, ich dachte die ganze Zeit, der Professor ist irgendwie... Ne, wobei, ne, der Professor ist nicht der Opa, ne? Wir müssen dem Machenschaften ein Ende setzen. Das ist halt das Ding, wenn man eine Story über Wochen und Monate streckt. Normalerweise zockt man sowas ja jeden Abend am Stück. Und da Let's Plays immer länger dauern. Da hat man teilweise gar keine Ahnung mehr, wer welche Person jetzt war, wenn man, keine Ahnung, 20 davon hat, wie in diesem Spiel. Wir können dann nicht einfach blind reinschirmen. Wir brauchen einen Plan. Ah, so wie der letzte Plan, der wunderbar aufgegangen ist. Um die Spitze des Kristallgipfels zu erreichen, musst du die Wasserfälle hochschwimmen können. Ja, dein Gesichtsausdruck sagt mir, du kannst es dir schon denken, du hast es erfasst. Du brauchst Ebendorfs Arena-Orden um die entsprechende VM. Aha, ja, den, den, äh, den Kaskade... Shit. Na gut. Wir sind in Ebendorf. Mh, okay. Das ist scheinbar so der letzte, der letzte Teil, ne? Die MS-Marine haben Probleme mit dem Motor. Ah ja. Na gut. The Town situated in, äh, Quagmire. Was ist ein Quagmire, Digga? Außer der Nachbar bei... Family Guy? War das Family Guy? Ich glaube, ne? Die Tür ist abgeschlossen. Ha, okay. Das sieht mir aus wie eine sumpfige Landschaft. Äh, und es sieht auch, als wären hier wieder viele fremdländische Menschen. Ich glaube, den muss ich hier in der, in der Folgenpause mal allen Deutsch beibringen. Äh, that's, was? Tessie ist chic, pretty young. Tessie ist scheinbar die Arena-Leiterin. 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 Okay, na gut. Äh, ich zeige euch noch kurz die Pokémon, die ich gefangen habe. Die waren nämlich ziemlich sick. Nur die Wesen sind natürlich mal wieder absolut Herr Schmutz. So. Äh, ich benenne die Pokémon übrigens nicht mehr, wenn sie auf der Vox landen. Wenn wir so viele haben, wie jetzt aktuell. Weil sonst haue ich einen Namen raus. Und falls wir den gar nicht verwenden, weil ich das Pokémon nicht mehr mitnehme bis zum Ende der Nasslock. Oder falls wir verlieren. Dann haben wir nicht Kanalmitglieder auf einer Box, die dann da rumgammeln. Und nie zum Einsatz kommen, sondern wir haben verschiedene Pokémon. Wenn ich was ins Team aufnehme, dann benenne ich es. Na ja, damit verhindern wir das so ein bisschen, dass die Leute da nicht drankommen. So. Pelipper mit einem harten Wesen. Da habe ich mich schon gefreut. Ne, mit Niesel. Ähm, direkt weitergegangen ist es dann mit Flunkiefer. Ein wunderschönes Pokémon mit einem mäßigen Wesen. Auch da habe ich mich richtig gefreut. Ist quasi die schlechteste, die zwei richtig gute Pokémon, die die schlechtesten Wesen haben. So, mit Ruhrgewalt haben wir auch einen Effekt, den ich nicht unbedingt will. Mit Ruhr wäre definitiv besser gewesen. Und ich glaube, in der Mega kriegt es den Kraftkoloss, ne? Da verdoppelt sich dann der Angriffswert. Äh, der einzige Wert von Flunkiefer, der irgendwie die was taugt. Ähm, außer, ich glaube, der Def. Ja. Auf jeden Fall. Das ist Flunkiefer. Dann haben wir noch zwei Pokémon gefunden. Hier Dressella. Ähm, mit Gleichmut. Ui, verhindert Verwirrung und Bedroher. Tschüss. Und zu guter Letzt haben wir noch Flampivian von einem Berg, wo so ein Kampfsportler war. Mit einem milden Wesen. Das ist natürlich auch ultraschlecht. Insbesondere, die Fähigkeit ist auch nicht gut. Der hätte auch Kraftkoloss, hat jetzt aber den Trans-Modus. So. Ähm, aber okay. Es ist ein Flampivian. Und wir brauchen ja nicht immer das gleiche OP-Flampivian. Sondern man kann ja auch einmal das andere spielen. Ähm. Ähm, wobei, ehrlich gesagt. Das Wesen ist gar nicht so schlecht für einen Trans-Mode Flampivian. Wir müssen nur in den Hit tanken. Nicht wahr? Danach werden ja die Spätz-Dev- und die Def-Werte sehr viel höher. Und der Spätz-Angriff auch tatsächlich. Also von daher. Ist nicht gut. Aber definitiv jetzt auch nicht das Schlechteste. So. Das waren die Pokémon. Und in der nächsten Folge geht's dann weiter. Bis dann haben hoffentlich alle Leute hier Deutsch gelernt. Und wir sehen uns in einer neuen Aufnahme. Ihr habt schon ein bisschen Bammel vor den Arenen. Ich mag Arenen nicht in diesem Spiel. Die sind immer super weird und, äh, mega unpredictable. Aber wir werden sehen. Lass ihn darum da. Wir sehen uns in der nächsten. Peace.